Hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Workout. Live on stage hier. Andere Location, auch in anderen Darsteller. Ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung von Andi geholt für unser sexy Sixpack Workout für Einsteiger. Wenn du dich nach einer Verletzung wieder rankämpfen willst oder wenn du kompletter neuer Einsteiger bist, dann ist dieses Workout ideal für dich. Kurze Belastung, normale Pause, klassische Übungen für den Bauch, Rumpf, Rücken und ich möchte jetzt nicht weiter rumquatschen und gleich kommt Andi und dann feuern wir los. Ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert die ganze Schose und dann sind wir damit durch und melden uns dann nochmal. Also ciao, ciao, bye, bye. 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 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 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, Rest 4, 2, Rest 4, 3, Rest 4, 1, Workout 5, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, 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 Rest 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Workout 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Rest. So Leute, jetzt komme ich noch mal ins Bild gesprungen und mache die Abmoderation. Hat euch das Workout gefallen, made by Anni? Dann einfach einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Kommentieren, liken, teilen, was auch immer ihr wollt. Führt euch einfach frei. Und Anni und ich sagen Ciao, Ciao, Bye, Bye. Das war's für heute. Das war's für heute.